Am 9. November jähren sich die Ereignisse der Pogromnacht von 1938. Um an die Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes zu erinnern und der vielen jüdischen Opfer zu gedenken, wird in Wolfenbüttel jedes Jahr ein Kranz niedergelegt. Vergessen gibt es nicht. Corona mag zwar verhindern, dass wir am 9. November 2020, wie all die Jahre zuvor, gemeinsam am Erinnerungsstein auf dem Professor Paul-Rabe-Platz den Opfern der Reichspogromnacht gedenken, ein Vergessen dieser Verbrechen vom 9. November 1938 gibt es jedoch nicht und darf es auch nicht geben. Der 9. November 1938 bedeutet eine weitere Eskalationsstufe der systematischen Verfolgung und Entrechtung der deutschen und europäischen Juden. Wurden die jüdischen Menschen gleich nach der Machtergreifung durch die Nazis aus dem gesellschaftlichen Leben quasi entfernt, durch Boykottaufrufe jüdischer Geschäfte, Berufsverbote für jüdische Beamte, Rechtsanwälte und später Ärzte, Zulassungsbeschränkungen für Schulen und Hochschulen, Bücherverbrennung und Ausschluss aus dem kulturellen Leben. Es folgte Isolierung, staatsbürgerliche Degradierung, sogenannte spontane Ausbrüche des Volkszorns, die durch die Nazischergen organisiert wurden, um die Menschen weiter zu erniedrigen, zu demütigen, zu quälen, zu misshandeln. Es folgten die Rassegesetze, die eine bisher nicht gekannte Erniedrigung und Entmenschlichung durch die Naziverbrecher verursachte. Daraus ergab sich Hass, Terror, Zerstörung der Synagogen, Geschäfte, Wohnhäuser, Ghettoisierung, Deportation und industrielle Vernichtung von 6 Millionen Menschen. Warum ist es wichtig, immer wieder daran erinnert zu werden? Es muss doch langsam mal Schluss sein. Wir haben unsere Schuld doch schon bezahlt, höre ich. Haben wir das? Kann man den Mord an über 6 Millionen Menschen bezahlen? Darf man nach 82 Jahren darüber schweigen? Nein, man darf es nicht. Denn Schweigen führt zu Vergessen und Vergessen führt zu Wiederholung. Und daher müssen wir auch gedenken, unsere Generationen und auch die folgenden Generationen können die Reichspogromnacht und all die folgenden schrecklichen Verbrechen nicht rückgängig machen. Aber wir können verhindern, dass so etwas noch einmal vorkommt. Wir können heute Verbrechern wie Hitler und seinen Kumpan den Weg zur Macht versperren. Dies ist unsere Pflicht. Wir dürfen nicht wegschauen und uns zu Mittätern machen. Wir müssen hinschauen, den Anfängen wehren. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Auch gerade zu Corona-Zeiten, wo auch der eine oder andere mit wirren Theorien zündet. Wir müssen weiter wachsam sein. 1.200 Synagogen wurden niedergebrannt. Fast 10.000 jüdische Geschäfte zerstört. Unzählig viele Wohnungen verwüstet. Etwa 100 Juden wurden erschlagen, niedergestochen oder zu Tode geprügelt. In den Tagen darauf wurden im ganzen Deutschen Reich etwa 30.000 jüdische Mitbürger verhaftet und in die Konzentrationslager Dachau, Buchenwald und Sachsenhausen verschleppt. Unfassbares Leid, dem sich die unvorstellbare Katastrophe anschloss. Unser innehalten Gedenken und Erinnern fällt dieses Jahr in besonders bewegte Zeiten. Die Pandemie, die amerikanische Wahl, die antisemitischen und rassistischen Übergriffe bei uns und in unseren Nachbarstaaten und den zunehmenden Terror erleben viele von uns als beunruhigend. Es ist relativ einfach, die antisemitischen und rassistischen Positionen der anderen zu benennen und zu beklagen. Und es ist auch wirklich notwendig, weiterhin klar zu bleiben im gemeinsamen Engagement gegen rassistische und antisemitische Positionen. Im gemeinsamen Einsatz für den Schutz der Menschenwürde. Weitaus schwerer ist es zu erkennen, dass man selbst mitunter in rassistischen und antisemitischen Denkmustern gefangen ist, ohne es zu merken. Es macht mich zum Beispiel sehr nachdenklich, dass ich erst letztes Jahr durch einen kritischen Beitrag im Deutschlandfunk erfahren habe, dass im Dritten Reich aufgrund kirchlicher Initiative die fünfte Strophe von dem bekannten Kirchenlied Lobe den Herren verändert wurde und der Bezug zu Abraham einfach gestrichen wurde. Ausgerechnet der Bezug zu Abraham, zu dem gemeinsamen Stammvater aller Juden, Muslime und Christen. Erst jetzt fangen wir im kirchlichen Kontext an, ein Bewusstsein und eine Achtsamkeit dafür zu entwickeln, dass selbst manche Krippendarstellungen vom König Kaspar rassistische Züge haben. Es reicht nicht aus, kein Rassist zu sein. Wir müssen Antirassisten sein, sagte unser Bundespräsident Steinmeier in diesem Sommer. Auch ich habe des öfteren Menschen, die sich im Äußeren von der Hautfarbe der weißen Mehrheitsgesellschaft unterscheiden, als erstes gefragt, wo sie und ihre Familien denn eigentlich herkommen. Ich empfand dabei natürlich aufrichtige Neugier und auch wirklich Wertschätzung. Aber ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, wie es sich anfühlt, wenn man in dritter Generation hier in Deutschland geboren ist und immer wieder und wieder dieselbe Frage gefragt wird, wo man denn eigentlich herkommt. Darüber hinaus erschüttert es mich zu erfahren, dass jüdische Mitbürger und Mitbürgerinnen sich jeden Tag überlegen müssen, ob sie sich als Juden zu erkennen geben oder nicht. Immer wenn sie es tun, müssen sie wahrscheinlich in der Öffentlichkeit mit Anfeindungen rechnen. Die goldene Regel, die alle großen Religionen und humanistischen Weltanschauungen miteinander verbindet, sollte der Maßstab unseres Handelns sein. Behandle den anderen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Wie der andere behandelt werden möchte, erfahren wir nur im Dialog, indem wir aufeinander zugehen, indem wir uns für die Sichtweise des anderen interessieren und ihn kennenlernen und uns sagen lassen, wie sie es erleben. In der Mitte des Alten Testamentes steht der Satz, Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch das ein bisschen riecht sein. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch das ein bisschen verraten, wenn ihr euch aufhält, soll euch das ein bisschen verraten. Vielen Dank.